Willst du shoppen? Musst du es gescheit schaffen. Ich hab gedenkt. Ah, ich hoffe, jetzt sollst du nicht denken. Geh her, schenk den Scheiss an die Wände. Jawohl. Grüß, Louis, du Mählach. Ach, du Liebzeit. Jetzt hör ich dich. Er wascht da mit O ist ein Aufschnitt. Könnt's nicht so blöd auf, wir nehmen fest. Oli, ihr seid ein Werk geladen. Wir machen gerade mal ein Foto, wenn es recht ist. Oh, leck. Rittmann und Robert, wollt ihr vielleicht was trinken? Alkoholfreies Bier im Kühlschrank? Was? Ihr müsst ja nach Hause fahren. Alkoholfreies schmeckt schon. Papelkorn, Scheiss, trinken wir sofort aus der Aare. Ich hab den Brand. Ich hab auch Brand. Hehehehe.